Willkommen in meinem Wirtshaus! 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 Hä? Geht das was? Das wird ja jetzt gemacht. Euer Zurufe. Spott an der Vereinsatz, oder? Das ist auch nicht schlecht. Mhm. Einsatzbereit! Mh. 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 Mehr Schaden, weg weg. So. Der macht ein bisschen mehr Schaden, den anderen haben wir zu scharf gemacht. Alter, ich hause da mal raus, Alter. Hallo, ja, Alter. Die haben wir jetzt schon mal selber, das ist schon mal gut. So, der hat 9 angeschaut, der hat 6 angeschaut. Das nützt mir also nix, wenn der denn dran ist und nicht tut. Aber mit ihm geht das. Aber mit ihm geht das. Er will jetzt mal so dran sehen. Ja, er geht aber wahrscheinlich direkt auf mein Jugo drauf mit. Der hat einfach... Alter, halt zwei Stück, ey. Alter, wie ernst, oder? Das war schon mal gut. So, das war schon mal gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gut, gut. Sehr schön. Er zittert vor der Markstur! Oh, Alter! Hat der ja nur noch so harte Dinger da, oder? Was ist da los, ey? Kann doch nicht warm sein. 2 leben wiederherstellen ich hoffe dass ich meine erfindung ich glaube das match werde ich ganz haus so verlieren ich bin echt schlecht in diesem wo ja leben weniger Ja, dann pack mal halt die Karte, komm, hier. Ja, hm, find ja eh nix. Boah, was? Sechs Leben? Ich bin am Arsch, ich bin tot. Alter. Hattest du aber ne Waffe, ey, ich bin definitiv tot. So gut wie gut. Das schon mal, ey. Uiuiui, fünf Leben, neun Schaden, ey. Ich hab keine Karten mehr, das ist das Problem. Ich hab alles raus, komm mal was geht. Boah, super. Jetzt war jetzt aber ein bisschen verschwender. Ah, ist mir tot. Ja, das war kein neues Round, aber ich weiß nicht, ich kann das Spiel irgendwie nicht so ganz. Ich überleg da auch drauf, ich bin nicht dabei, aber es gibt immer ein paar Punkte. Das ist das ganz Coole dabei. Ja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, ist halt immer ein kurzes Spiel. Vielleicht stelle ich gleich nachher nochmal ein Match rein, mal gucken. Danke fürs Zuschauen, euer Sanchez.